Hallo meine Damen und Herren, willkommen zum heutigen Minivideo und zwar haben wir jetzt unseren Faceit Special Livestream und da gibt es dieses Knife von Sneasel gesponsert, also im Stream, im Giveaway für alle, egal ob Abonnent oder nicht Abonnent, Lirum Larum, das ist jetzt die Chance um einen Knife abzusnacken. Der Stream beginnt jetzt, also so gegen 16.15 Uhr und läuft dann mit Open End, ich denke, vielleicht bis um 0 Uhr oder bis um 1 Uhr, je nachdem, so wie wir Zeit haben und das Giveaway wird dann irgendwann im Stream starten und ja, ist jetzt nicht das Allerfetteste, aber dadurch, dass es halt von Sneasel ist und ich diese Gänsefüßchen noch doppelt und dreifach gesetzt habe, ist es halt ultra viel wert, bis gleich Leute.